In diesem Video werden wir unsere Pferde einrichten und natürlich auch unsere B-Kanonen-Bau- und Feuerkuchen-Kanonen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Dann, let's go! Herzlich willkommen wieder zurück! Und natürlich auch unsere Restaurant für Anfänger! Bevor wir rüber was beginnen, müssen wir jetzt mal unsere Pferde einrichten. Also, let's go! So, let's go! Dann können wir natürlich hier rein. So, einmal licht, ein und aus. Weil ihr wisst, wie das geht, schaut euch gerne die erste Folge an, es ist in der Beschreibung verlinkt. Sehr gut! Hier, ich hoffe, es gefällt euch. So, also unseren Plan für heute, wir wollen heute Feuer, Kugel, Kanonen-Bau- und natürlich auch die Kanone! Okay! So, ich habe hier schon etwas vorbereitet, ich habe auch hier schon Balllöcher hingemacht. Balllöcher. Und das soll ich hier sein. Das ist ein guter Platz für Kanonen. Würde ich mal zusammen? Okay, wir haben das hier platziert und ganz wichtig, nicht mit den Werfer und Spenden verwechseln. Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen Werfer, nicht mit Spenden und Werfern verwechseln. Okay, das ist hoffentlich mal sehr wichtig. So, da könnten wir hier zum Beispiel irgendwas hier sie machen. Bei Bräst ohne Fackel, zum Beispiel, oder alles Mögliche, wir können auch gleich drücken, Knopf. Wenn ihr so, normal, wenn so, wenn, wenn normal ist, geht das nicht so. Was man machen muss, wir müssen umschalten, drücken, dann machen wir es sich klein, dann geht's. Okay, und das muss man natürlich auch nur austesten. So. Und Ding! Es hat geklappt. Sehr gut. Natürlich kann man auch hier mehrere Schönheiten machen. Natürlich kann man das auch machen. Einfach nach Eingeschmack einrichten. Das ist einfach die Grundbasistechnik, was Leila wissen muss. So, wir tun jetzt zum Beispiel eine Rest ohne Fackel hin. Ich habe bereits schon in der letzten Folge erklärt, was eine Rest ohne Fackel macht. Schon bereits erklärt. So, jetzt tun wir eine rein. So, das muss man jetzt wegtun. So, und jetzt natürlich ein durchstun. So, so will ich machen. Dick. Perfekt. So, einmal Block. Brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Okay, einmal Dick. Und... Und... Bah, ich will nicht klein machen. Das ist typisch. Okay, aber wir sind natürlich noch nicht fertig. Einrichten. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, also das ist so eine Technik, wo ich wichtig zu empfehlen ist. Diese Technik hier. Warte, wir müssen das auch wegtun. Oder bauen wir nach die Falltür. Und einmal will sie klein machen, dann geht's. Dick. Und dann, da oben, kann man drücken. Und wenn man hier drückt, glaube ich, einigen von euch wissen schon bereit, was dort passiert. Okay, und schauen, das ist wieder an. Und wenn man hier drückt, ist es aus. Gut. Wir können auch hier hinstimmen, aber ich will einfach hier hinstimmen. Das kann nur Nummer 1. Okay. Aber natürlich werden wir auch mehr Orten bauen. Also, let's go! Und es ist fertig. Bitteschön, hier drei Kanonen haben wir jetzt gebaut. Perfekt. Ja, das kann man reingucken und einräumen. Natürlich. So. Aber jetzt kommt noch ein Technik, was wichtig zu empfehlen ist. Und so, darf ich vorstellen. DIN 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 KALONA. Also, wir springen in Richtung zu DIN DIN KALONA. Let's go! Gut. Jetzt sind wir zu bei einer Essendrist ohne Welt. Ja, das ist nicht von Monokon. Ich will nicht prüfen, weil ihr das machen wollt. Immer vorher in einer Welt probieren, wo nichts gebaut wird. Weil es kann auch mal schief gehen und was sich stört. Oh ja, wenn ihr fragt, was da drüben ist, da baue ich keine Gruppe zu. Aber da ist noch in Arbeit, ist noch nicht fertig. Wenn ihr sowas auch interessiert, könnt ihr auch gerne bei den Kanälen Twitch, Live-Tween, Twitch vorbeischauen. Und dann machen wir auch manchmal zu. Zusammen. Okay. Let's go! Also, ich will das so machen. DIN 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 DIN. So, wir müssen das Wasser drüben schwimmen. Tchuuu. Sehr gut. So, und jetzt. DIN 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 DIN. Nein, warte, wir müssen immer schauen, dass es immer eine richtige Richtung gemacht ist. So, einmal. Nein, nein. So, da muss man eben aufpassen. Alles zu, warte mal. So. Gut. So, und jetzt werden wir natürlich noch alle platzieren. Aber nur bis daher. So. Okay. Also, let's go. War. Hab's dir gesehen? Genau. Genau. Oder, warte, aber wenn ihr vorweil wegschießen wollt, muss man ein bisschen aufpassen. Ihr macht noch mal sowas. Genau so. Noch einmal. Genau, noch einmal. So. Aber diesmal muss man da anders machen. So. Tick, tick und tick, tick, tick. So. Aber vorher tun wir auf da. Oh, ist wieder da. So. Aber, was man noch besser achten muss, diese, das muss auch verwendet werden. Ähm, die müssen auch angesündert werden. Und die natürlich auch. So. Jetzt probieren wir mal so. und bereit, bereit, bereit. Dann ist es mal ein bisschen weiter. Aber ihr müsst einfach mit dem, ihr könnt auch mit dem probieren, genau, gleiche Testing, aber statt dem einfach ausprobieren und anpassen. Also so, dass es hier oben anpassen. Ja. Okay. Da sind wir schon zu Ende gelandet. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen hat. Schreibt doch mal gerne in den Kommentar, ob es euch auch geklappt hat. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen und Ausprobieren. Lasst doch gerne ein Like da. Und am lieb auch gerne diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich hoffe, ihr habt gut verstanden. Dann, ciao und bis zum nächsten Mal.